Liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zu den Online-News hier bei Channel 21. Wir sind ja schon im April angekommen. Und für uns, für die große Channel 21-Familie, ist der April ein ganz, ganz besonderer Monat. Wir werden Ihnen alles gleich darüber erzählen, denn wir sind voller Euphorie und voller Vorfreude. Ich verrate es Ihnen, wir feiern 20 Jahre Channel 21, ein Riesenjubiläum. Und der Mann, der jetzt an meiner Seite ist, der ist von erster Stunde an mit dabei. Das ist so toll. Also auch er feiert 20 Jahre Channel 21 und die Rede ist natürlich von Ralf Bühler. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Oh ja, 20 Jahre Jubiläum bei Channel 21. Alex, Dankeschön für die lieben Worte. Ja, wir haben Grund zum Feiern, aber Sie haben Grund zum Feiern. Denn in unserem Geburtstagsmonat, in unserem Jubiläumsmonat, da passiert eine ganze Menge bei uns. Oh, da passiert so viel und vor allen Dingen. Wir feiern ja nicht nur einen Tag lang, so wie manche andere Geburtstagskinder das tun würden. Wir feiern tatsächlich mehrere Tage. Wir haben jeden Tag ein besonderes Highlight. Und wenn Sie jetzt sich vielleicht überlegen, wie war das denn damals? Wie hat das denn angefangen vor 20 Jahren? Wir werden natürlich viele Rückblicke machen, wir werden viele vorausschauende Dinge machen, aber wir können Ihnen eins schon verraten. Ab 8. April geht es los bis zum 19. Jeden Tag Premieren. Wir feiern mit Ihnen. Jeden Tag gibt es Gewinnspiele, es gibt Rubbellose und vieles, vieles mehr. Ja, wir haben richtig was mit Ihnen vor. Gucken Sie es schon mal rein. So einen kleinen Vorgeschmack haben wir im Film schon mal zusammengestellt. Feiern Sie mit uns den 20. Geburtstag von Channel 21. Jeder für sich und doch im Herzen vereint. Freuen Sie sich auf unglaubliche Angebote und Premieren. Ein einzigartiges Gewinnspiel. Und Rubbellose mit garantierten Gewinnen in jedem Paket. Dazu jede Menge Spaß. Und spannende Aktionen. 20 Jahre Channel 21. Vom 8. bis 19. April. Ach herrlich, oder? 20 Jahre muss man, so ein Jubiläum muss man gebührend feiern. Und glauben Sie uns, das macht Channel 21. Das machen wir auch. Und du vor allen Dingen, erzähl mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Hast du nicht sogar die aller, aller, allererste Live-Stunde gemacht? Ja, die allererste Live-Stunde. Mein erstes Produkt war so ein Radiorekorder von JVC. Dann noch einen Roller haben wir verkauft. Ja, und seitdem gab es viele Kochtop-Sets, Fritteusen, Kleidung. Viele Prominente. Der erste Prominente zum Beispiel war DJ Ötzi 2003. Wir haben zum ersten Mal 2007 ein Auto verkauft im Fernsehen. Also es gab viele, viele Highlights. Noch mehr verrate ich dann in den Sendungen. Ach herrlich, da freuen wir uns drauf. Auf jeden Fall. Einschalten während unserem Aktionszeitraum. Es gibt auch ein tolles Gewinnspiel. Also zuschalten lohnt sich. Und jeden Tag eben immer ganz, ganz viele besondere Angebote. Ja, der April hat aber natürlich noch ein bisschen mehr als nur die große, große Big Party von Channel 21. Sondern wir wollen ein Jubiläum feiern. Acht Jahre Ogima Pro bei Channel 21 mit Prof. Dr. Herbert Plum. Und Prof. Dr. Herbert Plum ist Ihnen ja jetzt seit acht Jahren als Ihr Lieblingsgesundheitsexperte vertraut. Und er hat sich besondere Sachen mit seinem Team einfallen lassen. So gibt es als Premiere zum Beispiel Herzrhythmus. Ein Produkt für die herzrhythmusgestörten Menschen unter Ihnen. Also auch da werden wir drüber sprechen. Dann haben wir was für alle die, die mit der Harnsäure zu kämpfen haben. Stichwort Gicht. Und zum ersten Mal, Achtung, Ogima Pro Glück. Oh. Ogima Pro Glück. Wann? Das Ganze startet am 22.04. um 20 Uhr mit dem Angebot des Tages. Ja, und dann rappelt es im Karton jeden Tag. Ogima Pro. Und da ist für jeden was dabei. Also auf jeden Fall einschalten und live in den Sendungen mit dabei sein. Und Glück wird ja mehr, wenn man es verteilt. Richtig. Genau. So macht das Herr Dr. Plum. Ganz, ganz fleißig. Genau. Mit Dr. Herbert Plum. So, wir haben natürlich noch weitere Highlights hier bei uns im April. Und auch die schauen wir uns gerne nochmal an. Denn wir haben ja wirklich ein schönes, buntes Sortiment. Nicht nur für uns Menschen, sondern eben auch für unsere Lieblingsbegleiter. Und das sind Hunde. Und das sind natürlich auch Katzen. Und die müssen jetzt gerade in der Sommerzeit ganz besonders geschützt werden. Gerade wenn es um Zecken geht. Meine Hunde, ich habe Hunde und Katzen, ja, haben permanent Zecken gerade in der Sommerzeit. Man geht natürlich in den kühlen Wald. Die fangen sich das ganz, ganz schnell ein. Und das kann viele gesundheitliche Schäden auch hervorrufen. Und deswegen gilt es wirklich, was wir Menschen tun können, damit es unseren Tieren gut geht. Das tun wir. Und eben auch bei uns hier bei Channel 21 mit Fälle. Und Vier Pfoten hat sich ja wunderbar bei uns etabliert mit ganz vielen tollen Sachen für Ihre Vierbeiner. Und da können Sie einschalten dann am 7.04. ab 20 Uhr mit dem natürlichen Zeckenschutz klären wir Sie dann auf, damit es Ihren Vierbeinern gut geht. Herrlich. Ganz, ganz toll. Ja, Sie gehören geschützt, aber wir gehören auch schön in Szene gesetzte, wir Damen und natürlich auch wir Herren. Und Ihr Männer liebt das aber auch, wenn wir Frauen zum Beispiel toll duften. Wenn ihr gut gepflegt seid, eine schöne glatte Haut habt. Absolut. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, meine lieben Damen, Sie zelebrieren es, sich zu verwöhnen. Und zwar mit einer Bodylotion und eben auch mit einem wunderbaren Duft von Gabriele Iacetta. Und das bedeutet natürlich, so wie Sie unsere Gabriele Iacetta kennen, mit der Kraft der Edelsteine. Ja, und wenn Sie sagen, Mensch, die Gabriela sehe ich gerne, was sie erzählt, hat immer Hand und Fuß. Sie erzählt so schöne Geschichten. Ja, und die tollen Produkte auch. Dann am 22.04. um 21 Uhr geht es dann los. So, und jetzt habe ich mir was gewünscht zum Jubiläum. Jetzt möchte ich dir, lieber Alex, gerne an die Hose. Also, da habe ich mich jetzt falsch ausgedrückt. Ich wollte gerne über deine Hose sprechen. Weil die Hose, die du heute trägst, ist ein exklusives Online-Angebot. Und lass sie bitte an. Aber wenn Sie sie anziehen wollen, Sie können sie jetzt hier online bestellen. Es gibt sie nicht bei uns im Fernsehen. Das ist nur für Sie, liebe Online-Newsgucker. Die können Sie jetzt hier auf unserer Seite bestellen. Ganz genau. Die kommt von Sarah Kern. Die konnten Sie schon einmal hier bei uns im TV live anschauen. Wir haben sie auch noch in der dunkelblauen Variante. Jetzt aber online exklusiv, eben auch in diesem Grauen übrigens Pantone-mäßig. Und Pantone ist ja das Farbinstitut, was uns immer die Trendfarben der jeweiligen Saison mitgibt. Ist nämlich gelb und grau. Und das vor allen Dingen in der Kombination absolutes Must-Have. Also, liebe Zuschauer, Sie merken schon, im April, da ist ganze Menge bei uns los. Wir freuen uns, dass Sie jeden Tag bei uns einschalten und uns auch immer besuchen bei Instagram, bei Facebook und natürlich hier bei Channel 21.de. Ja, genau. Ja, und wir freuen uns natürlich, gemeinsam mit Ihnen feiern zu dürfen im April. Und Sie, Sie lassen sich besser nicht in den April schicken. Bis bald. Ciao.